So Leute, da kommen wir nun zu dem Endpart. Es wird nochmal richtig spannend hier bei Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Generations. Der hat Nickels gegen den Spandem. So, weil wir jetzt, es steht nämlich 2-2 und es wird da diese letzte Plättel auch ein Schicksalskampf, oder wie hat es das? Ein Schicksalskampf. Ein Schicksalskampf, das haben wir und da habe ich mir gedacht, okay, Nickels nimmt Minato, ich nimmt den maskierten Mann. Ja, also ich habe schon, als der letzte Kampf vorbei war, habe ich mir gedacht, okay, ein Charakter noch, der wirklich viel rumreißen kann, Minato, zack, fertig. Wenn man da die, ähm, wenn man da die Konter richtig gut setzt und auch das Rasengan einsetzt, dann ist das schon ziemlich wertvoll. Aber, äh, den maskierten Mann absolut, äh, falsche Entscheidungen, die sich herausstellt. Äh, also man sieht schon, äh, als du auch das, äh, das Rasengan oder so eingesetzt hattest, oder was du auch mal da einfach eingesetzt hattest, ja, war, dachte ich eigentlich wirklich, dass du mich da triffst, aber, äh, dass ich noch irgendwie abgewert habe, also dass er abgewert hat, der, der maskierten Mann schon krass eigentlich so. Aber man sieht mal, dass, dass der maskierte Mann richtig übel ist, so, also, äh, der kann Kombos machen, besonders dieses Jutsu. Das ist so gemein, weil, er, du bist nicht mehr an Tatspar für einen, du hast abgehört keinen Schock, du bist von ganz weit weg auf einmal direkt vor wie einen. Hast kaum was zu tun. Man sieht das schon, jetzt versuchst du noch ein bisschen was daraus. Ja, das war aber tatsächlich nicht geplant, ne. Ich hab einfach Chaka aufgeladen, hab in dem Moment auf die Jutsu-Skill achtet, weil ich nichts, du halt noch alle Tatspar schützt, und hab einfach mal aufgeladen und mal sehen, was passiert. Und hab vollkommen vergessen, dass ich schon im Awakening sein kann. Das war auch krass. Äh, du hast ja eigentlich das Rasengan gegen mich gehalten. Und ich dachte ein, ohne Scheiß, dass er jetzt, dass, dass es mich trifft. Ja. Ja, Leute, ihr seht. Das war vor allem ein sehr, sehr schneller Kampf. Das war wirklich ein sehr schneller Kampf. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei diesem kleinen Let's Battle. Ja, Endstand, wie gesagt, also, wer aufgepasst hat, 3 zu 2 für Spendem, das hab ich wohl versaut. Ja, dann machen wir doch was für das dahinter noch, und dann war's das. Also dann, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.